es ist gott mitglied alles klar lol ach da war ich finde die seite wir sind auf der anderen seite die finden seite finde ich am geschissensten wirklich so scheiße jetzt werden wir durch diese verkackte scheiße auch noch negativ oder sowas ich sehe es schon kommen weil eigentlich kann man sich jetzt hier noch verkämpten also leute ich würde ja ach nein ich hab den doch wie schnell kehrt er mich denn boah leute das ist ein witz das kommt immer an der gleichen stille drecks map ja auch geil ey ach ne wie dumm sterbe ich nein 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 ach nein da stehe ich auch noch auf fuck jetzt habe ich es mir ne ach ne jetzt habe ich es mir eindeutig versaut ich weiß nicht was was soll ich jetzt hier anders machen ich kann nur kämpfen da chillen sie die sind überall was soll ich machen ich meine ich weiß nicht die aufnahme ist es scheiße jetzt hier das wird nur ich wollte jetzt nicht jubel Ich versau mir grad echt die KD an. Vielleicht mal unten lang gehen, aber ich weiss auch nicht ey. Ach komm, wir riskieren's. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hint mal Nate. Da kämpft die ganze Zeit. Lol. Von wo jetzt denn schon wieder? Fuck ey, jetzt haben wir verloren. Wenigstens. Wenigstens. Bin ich positiv, immerhin etwas. Alter, das war ein übelstes Gemetzel, Leute. Da hab ich das noch mal gesehen ey. Gut, ich denk mal das hat jetzt mehr. Wir haben jetzt ein paar kleine Spielchen gespielt. War ziemlich nice, muss ich sagen. Ich war zwar ziemlich schlecht. Aber Leute, bitte. Was erwartet ihr? Ist doch auch scheißegal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns... ...zweil ein bisschen mal. Heut rein, mein Freunde. Bis dann. Euer Ghost. Servuuuus, Leute. So, wir zocken weiter. Wir sind auf Land St. Darm. Guck mal, was nices bei rauskommt. Wir zocken halt mal Rush. Auch wieder Hardcore, glaub ich. Ähm... Wir müssen verteidigen, seh ich grad. Und wieder heftiges Panzergeballer hier direkt am Start. Wir spielen mit der crappigen M416, denn wir wollten die mal austesten. ... Na ja. So. Ich brauch, ähm... Mal gucken. Ich guck jetzt, ob ein paar Runden, gute Runden rauskommen. Äh... Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Aber ich brauch noch ein paar Aufnahmen für... Weil ich müsste ja... Freitag ist ja wieder Hochladezeit. Heute ist... Lol. Lol, 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 lol. Weg hier. Alter Vater. Guck. Okay, jetzt mal hier ein bisschen mehr konzentrieren, Leute. Es ist schon etwa spät. Hab grad noch SSS in Street aufgenommen. Und jetzt dachte ich mir... Hä, Leute. Ach, die kommt von da hinten irgendwo. Ich weiß nicht, ob die Klasse, mit der ich grad spiele, die so geeignet ist für den Modi. Ich bin grad eher so auf TDM aus. Ich bin... Ich weiß nicht, ob der mich jetzt einfach hier wegsnackt. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein Panzer. Ist keine Ahnung. Ja, ist einer. Aber den treffen wir nicht. Nicht mit dem... Ach, der ist doch kein Hardcore. Leute, vorsichtig. Nice. Da ist noch einer, oder? Jawoll. Leute, da snipet ihr euch einer. Irgendwie leckt es grad ein bisschen. Irgendwann so Standbilder. Was ist los, ey? Oh ja. Kann ich irgendwie markieren, so? Ach, fick dich doch, du Hure. Ich würde mal legen, ob wir jetzt auch Sniper ausprobieren. Einfach... Ist ja eh nicht mehr lange hier. 2 zu 1 haben wir, oder? Die werden hier gar nicht angezeigt. Wir sind das für den... Frechheit. Ach, komm, gib ihm. Wir zocken jetzt die letzten paar... Ja, ist eh eklig so gut hier rum. Zocken wir noch eine Wunde Sniper. Ahem. So. Komm. So. Würde mir interessieren, wo die ganz Bastard eigentlich sind. Ja. 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 Wahr... Wahrscheinlich. Was ist jetzt los? Willst du mich nicht mal wiederbleiben, oder was? Ähm. Ja. Ist eh vorbei, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So. Da sind wir wieder. Wir müssen jetzt kurz... Wir haben jetzt, äh... Ich pack das Visier einfach mal drauf. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Das denke ich mal für die M416 besser. Äh. Ja. Mal schauen. Wie es läuft. Wir zocken jetzt wieder Rush auf der gleichen Map. Gleiche Seite. Weiß jetzt nicht. Hier auch... Man geht mir aber wieder nicht auf den Sack. Jetzt hier. So. Ich denke mal, der wird jetzt schon gleich tot sein. Der hier gerade abgesprungen ist. Der... Ey. Da los. Okay. Lol. Lol. Der hat den Schock gemacht, Alter. Und? Aufschieb. Was? Servus, Buddy. So, meine Freunde. Oh yeah, Leute. Ich hab... Oh mein Gott, das Ding kommt doch hinzu. Ach. Mal wieder überhaupt. Ach. Null Chance. Erstmal einen wegtuben und dann direkt kassieren. So wie sich's gehört. Aber Leute. Ihr kennt mich ja mittlerweile in diesem Spiel. Ich bin ja... Richtig grottig in dem Spiel. Und wie ihr seht, ich treff grad überhaupt nichts. Jetzt. Ach. Fick dich doch, Mann. Wie sie... Was? Wo? Hä? Von wem wurde ich jetzt gekillt? Ähm. Okay. Schon wieder irgendwelche Bastard, Alter. Wie die alle hier runterkommen? Ja. Wahrscheinlich, Mann. Ey, ich krieg grad nen Hals. So. Wir machen jetzt wieder die AK-12 rein. Denn mit der läuft's einfach besser. Auf geht's. Ja. Wahrscheinlich. Ich spawne. Und... krieg direkt eine eingeschenkt. So, Leute. Wir müssen uns jetzt erstmal hier ganz kurz... runterbringen. Oh mein Gott, Leute. Das ist so ein geiles Server, ey. Krieg mir nur aufs Maul. 1 zu 4, ey. Läuft wieder richtig gut, Leute. Läuft wieder richtig geil. Richtig schmackert. Yeah. Wir haben direkt mal kassiert. Sind jetzt wieder... Beide Bomben wurden eingenommen. Na, dann wird das halt heute mal an die miese Runde. Rückschuh! 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 Die Frage ist... Die Frage ist... Wo ist... Die sind ausgestiegen, nehme ich mal an. Die Frage ist... Ja, doch wir schauen uns das jetzt mal näher an. Geroni... Ne, mo. Fick dich, du Hure! Mit deinem Scheiß-Ding! Nein! Bastard! Du, nein! Ah! Durch was jetzt? Ace 23. Was ist denn das für eine Scheiße? War das jetzt der Kakegi, oder was? Ach, nee, ey. Da gönnen wir uns einem... Aber werden gleich wieder vom Nächsten kommen. Na, mal schauen, wie es noch läuft. Wir müssen jetzt erst mal hier zusehen, dass wir jetzt nicht hier gleich wieder zufassdruck gehen. Aber wir laufen hier wieder ungeschützt drum. Perfekte... Voraussetzungen, dass wir lange überleben werden. So. Komm, gib ihm. Wir spielen jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Wie ich auch keinen einzigen Schuss treffe, ey. Fick dich, Alter. Boah, ist das... Heftig hier. Ich kann euch gerade auch nicht so viel Action... Run in Action... ...geben. Weil wir werden hier einfach nur belagert gerade. Oh mein Gott. Ja, gib mir, Panzer. So, bringt das was? Nee, nicht wirklich. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, Panzer. Oh mein Gott, verpiss dich von hier. Ich muss mich jetzt mal verpissen, Leute. Wuuuh! Okay, alles klar. Panzer, Leute! Ja, ich wurde befördert, Leute. Immerhin. Oh mein Gott, was... Was ging hier gerade? Oh, Mann! Oh, Scheiße. Diese Runde, Leute, heute... Ist... Scheiße. Wir werden überrannt wie nichts. Was ich am meisten hasse in Battlefield sind, Panzer. Fahrzeug ist ja eigentlich eins der... Positiven... Positiven... Positiven Aspekte von Battlefield. So? Eigentlich so. Also, so ein übelst krasses Gadget. Yeah, Fahrzeuge, übelsteil. Aber ich hasse Fahrzeuge. Ich hasse Fahrzeuge, absolut. Ja, fick dich halt einfach, ne? Wieder, wieder tausend Leute rumstehen, ey. Du hast überhaupt keine Chance hier. 3 zu 7, Alter. Der Bess hat 16... Wie kann man 16 Vierarm gegen solche Gegner? Sag mir das. Fährt er den ganzen Tag mit dem Panzer rum, oder was? Aber selbst da müssen wir noch übel schnell down sein, ey. Na gut, äh, das kennen wir jetzt hier von Langsam Damm.